Hast du schon immer mal einen Schnappel fahren? Mein Name ist Tyson und ich bin im ersten Lehrjahr zum Rezyklisten Stadt Bern. In diesem Beruf schaffst du mit verschiedenen Maschinen. Du sortierst diverse Materialien. Manchmal fängt man auch ganz coole Sachen. Wir haben viele Kundenkontakte und noch viel, viel mehr. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Mir persönlich gefällt der Kundenkontakt sehr und der Umgang mit den verschiedenen Materialien. Was du sicher mitbringen sollst, ist handwächtig und schick. Freude am Kundenkontakt. Du solltest wetterfest sein und Interesse haben, unserer Umwelt etwas Gutes zu tun. Hast du Lust auf eine coole Ausbildung? Dann bewirb dich jetzt oder entdeck 22 andere Jobs auf unserer Webseite. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.